Heyo und willkommen zurück zu Frunhebo. Wir sind im Labyrinth. Wir haben es geschafft auszubrechen und jetzt jagen wir Mr. Midnight im Labyrinth. Ich hasse Labyrinths. Labyrinthe. Was ist die Mehrzahl? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber mir gefällt das mit den Monstern da oben gar nicht. Oh, das sieht doch gut aus. Ich höre etwas, was sich anhört wie Mr. Midnight. Das heißt, dann gehen wir mal hier nach oben. Hopp, schön weiterführen. Oh, mir gefallen diese Monster ganz und gar nicht. Wow, 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 wow. Wow. Leave me alone. Ich fühle mich gerade wie bei diesem Frosch-Spiel. Diesen Frosch, den man so über die Straße bringen muss, wo da die ganzen Autos fahren. Und irgendwie erinnert mich dieses Spiel gerade voll daran, also was ich hier gerade machen muss. Aber irgendwie muss ich nur nach oben. Irgendwie ist das gar nicht so ein krasses Labyrinth. Ich hätte meinen Mund nicht so... Ah, nee, da... Ich... Ich war gar nicht besorgt. Alles okay. Wo geht der hin? Okay, die gehen nur hin und her. Was ist das denn? Okay. Ähm... Schaffe ich das? Ja, komm. So ist das gut. So mag ich das. Bitte lass es keine Sackgasse sein. Das sieht mir voll nach einer Sackgasse aus. Ah, verdammt. Verdammt. Ich würde sagen, dann muss ich da nach rechts. Ja, ich muss da nach rechts. Oh mein Gott, das wird stressig. Das wird stressig. Das wird stressig. Hoch, 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 hoch. Okay. So white, so good. Aber ich weiß, dass jetzt noch... Kommt hier nicht gleich ein Monster? Oh, ja, 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 ja. Hop, 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 hop. Bist du unten? Bist du unten? Klappt das? Klappt das? Klappt das? Wie die laufen, sieht voll cool aus. Erinnere mich ein bisschen. Ha, ich hab's geschafft. War doch easy. Am Ende des Labyrinths findest du Die bösen Wesen der Nacht Sie werden dich jagen, sie werden lachen Aber es wird immer eine gute Seite geben Mr. Midnight Eine Katze voller Muttern und Schrauben Wird immer dein Lotse sein Nein, nicht das Bild Kapitel 2 Teil 1 Symptome der Neugier Ich hab gerade mal das erste Kapitel abgeschlossen Mein Gott, das war knapp Ähm, also Stimmt, ah, ich wusste Pücken Ich hoffe, die Wachmänner finden den Kanal nicht Entschuldigung Na, dann hüpfen wir raus, Fran Raus aus dem Eklichen Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight schnell Oh, ein schönes Instrument Erinnert mich an eine Schlange, die wie ein Elefant klingt Und diese kleinen Sekten, die sich in einen Ball einrollen Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann Ein hübsches Pferd, dem König würde es gefallen Da steht Jans und ich habe keine Ahnung warum Äh, ein Teddybär Oh nein Dein Arm fehlt Zum Glück blutest du nicht Wow, ein Klavier Es klingt alt Ich kann damit spielen, aber ich kann nicht darauf spielen Ich frage mich, wer der Musiker hier am Ende der Welt ist Ist der Midnight? Bist du da drin? Wohl nicht So, sonst noch irgendwas Interessantes? Aha Ich könnte daraus etwas herstellen Es sieht aus wie eine Tür So gefällt mir das Sonst noch irgendwas? Ja, das könnte es gewesen sein Und ansonsten Dann lass uns mal weitergehen Obwohl, das möchte ich noch kurz gucken Wow Wow Ansonsten ist hier anscheinend nichts Spezielles Außer Neugier ist verflucht Verfluchte Neugier Oh Ich mag es neugierig zu sein Wie soll man sonst etwas lernen? Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig Was ist die richtige Frage? Aber warum wäre angebrachter? Ich habe keine Zeit zum Quatschen Ich will nur den Schlüssel Oh, aber das ist nicht unser Schlüssel Und deiner sicher auch nicht Es ist immer gut, einen Extraschlüssel zu haben Besonders wenn man etwas vorhat Ist uns völlig egal Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden Ihr seid sehr ehrlich Ich mag das Ich bin ein Mensch Schön euch kennenzulernen Interessant Erzähl uns mehr Ich habe eine Katze Und wegen unseres langen Haars Wenn du den Dieb und den Kampf findest Wir werden hier sein und warten Hallo Baum Ja okay Dann suchen wir mal die Ratte Würde ich sagen Was ist das? Er hat einen Bart Es ist ein alter weiser Mann Und er hat einen Zauberstab Er ist bestimmt nett Wow Das ist ein echt großes Insekt Oder ist das ein Schwein? Wie auch immer Das ist sehr komisch Ja dann reden wir mal mit dem Ich bin neugierig Bevor ich irgendwas mache Oh Gott Das macht mich immer so Ja hier ist ja gar nichts interessantes Na gut Dann reden wir mit der großen Aber eine Ameise ist das auch nicht Dafür Der hat ja nur vier Beine Irgendwie Keine Ahnung Oh wow Du bist wirklich eine große Ameise Wer ist da? Oh entschuldige Bist du real? Bist du real? Sag bist du real? Ah du fragst immer das gleiche Immer Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real Wo bist du hergekommen? Oh ich bin aus der Nervenklinik geflohen Aber bitte verrate es niemanden Ich verrate es nicht Keine Angst Aber was tust du hier? Meine Katze ist irgendwo da draußen Und ich muss ihn finden Eine Katze? Ja eine schwarze Katze Mit großen gelben Augen Mr. Midnight Oh verstehe Tut mir leid Mädchen Bitte sag mir zumindest Ob du ihn hier gesehen hast Es ist so Es ist so Es ist so Dass die Katze gefressen wurde Gekaut und runtergeschluckt Hör auf mit diesem Quatsch Ich muss ihn wirklich finden Die schwarze Katze Die schwarze Katze die auf mich zugerannt kam Falsch Oh kleines Mädchen Nicht weinen Ich kann für dich singen Ich kann für dich singen Wenn du magst Was soll ich jetzt tun? Er ist mein einziger Freund Aber ich brauche das Fleisch Ich bin neugierig Ob mein Kätzchen noch da drin ist Tu es Du kannst das Käferschwein töten Und ich Antonio der Größte Werde das Fleisch essen Okay Oh du Schwein Hast du mal die Katze gefressen? Mr. Midnight Warte Stiff nicht Ich hole dich da ganz bald heraus Er ist eingeschlafen Ich glaube er ist sehr alt So 30 oder so Ja ich glaube nicht Dass ich irgendwas habe Mit dem ich das Käferschwein töten kann Deswegen schauen wir mal weiter Ein Igelchen Ja bist du ein süßer kleiner Igel Was für ein Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule Bist du einer? Deine Federn sind wunderschön Ja Okay Dann Töten wir mal Wow die schlimme Axt Ich werde eine Kriegerin und Retterin der Dinge sein Ja dann Töten wir mal Das Schwein Wow Eingang hier Eingang hier Eingang hier Aber wie? Heißt man geht irgendwo rein Also muss ich da rein Wie? Ich glaube nicht Ich glaube nicht dass Mr. Midnight In einem Schwein Ding ist Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen Irgendwie will ich es nicht töten Deswegen gehe ich erstmal Also ich finde das Ding nämlich voll süß Deswegen gehe ich jetzt erstmal in den Brunnen rein Ein Brunnen Ich könnte versuchen What the hell war das? Ähm Ja Ich kann das nicht bewegen Es klemmt War so klar Ja dann So haben wir die Axt Bam Und weg war sie Wer hätte das gedacht Hier drin ist Kein Loch Alle meine Kräfte haben sich vereint Etwas Unnötiges zu tun Oh mein Gott Ich kann dich so verstehen Wirklich Das wird mich auch so abfacken Das ist wie Wie man sitzt Und dann steht man auf Um sich was zu essen zu holen Und dann ist da kein Essen So voll umsonst aufgestanden Muss alle Bedeutung geben Hm Kann ich nochmal mit der Axt drauf hauen? Ich kann das nicht tun Kann ich mit dem Brett was machen? Ich sollte erst eine komplette Tür erstellen Bevor ich das versuche Ähm Ich will die Tür nicht zerstören Ja aber das ist ja keine Tür Wie soll ich denn da bitte eine Tür machen? Ja gut Weil ich gerade nicht ganz weiß Ey Oder was ist Komm Ah es macht mich wütend Wenn etwas nicht klappt Ja 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 Na gut Dann Oh mein Gott Ich will das nicht töten Aber Witz rennt's weg Oh du Schwein Hast du meine Katze gefressen Also der rennt jetzt immer weg Wenn ich ihn benutze Ey da ist eine Feder Oh eine Feder Kitze Kitze Die behalte ich Ich mag sie Ja Kann ich hier irgendwie noch was aufnehmen? Nein Schaut nicht so aus Hm Wie Mach ich Dass Das Schwein Stehen bleibt Ja okay Hm Muss ich das irgendwie dann nach In die Richtung locken? Ne das rennt wieder zurück Kann ich sonst noch irgendwas? Hm Was haben wir denn hier alles? Nein okay Das geht nicht Ah mir ist gerade etwas lustiges eingefallen Okay Was könnte ich Könnte ich hier irgendwas nehmen? Ich überlege Ich überlege Ich überlege Also das Ding muss auf jeden Fall Stillstehen Wenn ich einfach irgendwie Naja hätte das sein können Vielleicht kann ich es nicht irgendwie verstecken Aber Was mache ich? Vielleicht soll ich etwas unauffälliges probieren Kann ich ihn kitzeln? Äh Kitzel Kitzel Ah die Gefahr ist groß Groß Hey aufwachen Ich glaube dem Käferschwein gefällt es gar nicht getötet zu werden Oh verstehe Aber das ist total normal oder? Hm Aber das Käferschwein sollte ein bisschen mitarbeiten Du musst ihm die besonderen Bären Die besonderen Bären geben Die Blaubeeren Hm Aber es gibt keine Bären im Wald Ich sollte dir das nicht sagen Aber Ich habe die richtigen Verbindungen Sie leben in meinem Haus Sie haben Blaubeeren Mein Haus Ist in Dieser Richtung Sei vorsichtig Oh danke sehr Wow Da ist ein Weg Mr. Midnight Nein, 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 nein Biep, 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 schaufran Ich bin in Gefahr Finde mich lebendig Finde mich tot Biep, biep Finde mich eines Tages In einem goldenen Käfig Kann ich das irgendwie rausholen, das Vieh? Wie hole ich Wie hole ich Mr. Midnight Ein winzig kleines Haus Hallo, ich bin Fran Das sieht lecker aus Soll ich? Vielleicht nicht Ja, geil, ein Heuballen Wow, das sind wirklich große Ameisenhügel Also das Ameisenhügel Ist gruselig, wenn man bedenkt, dass Millionen Ameisen da drin sind Ich bin mir nicht sicher, ob ich da rein will Ja, da stimme ich dir absolut zu Es muss da das Haus der Ameise sein Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt Die Macht der Zerstörung würde es niederreißen Ja gut, dann würde ich sagen, wie wir in das Haus der Ameise einbrechen Ähm, das sehen wir im nächsten Part von Fran Bow Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben geben Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt Könnt ihr es auch in die Kommentare schreiben Ich würde mal interessieren, wie ihr das Spiel so findet Und ob ihr auch genauso viel Angst habt wie ich Na gut, dann bis zum nächsten Mal